Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Wir setzen das Spiel fort. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal da hoch. Ist die Tür gerade durch uns durchgefallen? Hm? Woah. Niemand hat hier leben. Ja, Mann. Shit, denkst du sie weg? Ich hoffe so. Aber das sieht jetzt ausreichend aus. Seid ihr auf der Lookout und habt ihr Guard auf. Es sieht nicht öblich. Ich nehme das zu Kaja, für Duck. Oh! Hm. Hm. Sonst ist hier... Doch, hier kommen wir noch weiter. Okay. Oh. Oh. Ja. Das ist jetzt Unlucky. Aber okay, gut. Dann gehen wir wieder rein. Geben erstmal Katja und Duck das Wasser. Und reden dann mal mit Clementine. Ähm, damit wir uns ihren Stift vielleicht leihen können. Um... ...die Notizen lesen zu können. Oh, Ben. Ich glaube, er ist ein bisschen traurig, dass wir... ... ihn nicht mit einbeziehen. Ist Ken all right? W-w-what is he doing? Er put his mind to figuring out the train. What about you? Same thing. Sort of. Found some instructions, but I can't read them. Oh. Well, I'm sure someone can help you. Here. Found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? That's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Hey, Canem. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No. I don't. I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I take it. I'm out of paper and there's all sorts of new leaves around here. There. 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 There's there. Bleistift. Sehr nice. Ich könnte dich töten. Ich hatte dich, während du da in der Front rumbringst. Ich weiß, dass du, was du getan hast, für einen Grund und ein Teil von mir verstehst. Aber die andere Seite sieht dich mit deinem Hinblick auf mich und weiß, dass ich dich töten könnte. Ich muss gehen. Geh zurück, du verrückte B****! Habe ich zu spät geantwortet oder wäre das egal gewesen, was ich geantwortet habe? Hätte. So. So. Let's focus on the train. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Okay, das kam jetzt echt unab... Ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay, lol. So lange gedauert. Haha. Hast du gehört oder gesehen, was du hier draußen gesehen hast? Kein sign of whatever lives in the train. Keep it down. Ich will nicht schrauben die Kinder. Sorry about the RV. I'm worried. We're really on our own out here now. We're putting some time into this train. Worst comes the worse. Boxcar's safe enough to sleep in. I better get back to it. Hey, sweet pea. Are you okay out here? I don't think Duck feels good. Ah, me neither. Damit, dass es ihm nicht gut geht? Oder war das einfach nur ein Übersetzungsfehler, so? Naja. Gleich shift. Perfekt. Kannst du es jetzt lesen? Ja, sollte man einfach die Schritte folgen, um die Fahrzeuge aufzunehmen. Klingt gut. Sechs, fünf, neun, neun. Unten, unten, oben, oben. Oben, unten, oben. Moment. Kann ich mir nochmal das Notizbuch angucken? Ah. Unten, unten. Oben, oben, oben. Unten, oben. Nein. Unten, unten. So. Unten, unten, oben. 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 Unten, oben. So. Fünf ist... Seitlich. Hochkant. Fünf ist... Hochkant. Jetzt sprechen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. We're in der Barsch. We're in der Barsch. We're in der Barsch. I can't believe it. What about Duck? What about him? We can act like nothing happened to him. We can act like he's dead either. Okay. Fair enough. Try to get this thing started. There's gotta be some sort of manual or something. Huh. I don't know about that. That's the spirit. Okay. Ist die neun das hier hinten? Das war am letzten, ne? Ich glaube, das war der letzte, ja. Oh je... Einmal nach links, und ein mal nach rechts, okay. Einmal nach links. Und jetzt noch einmal nach rechts. Woohoo! Nice! Mom, let's see if she'll move. Okay. It's all yours. Es gibt nur den einen Hebel. Damn it! Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck and get us unstuck? Yeah. Natürlich können wir das. Würde ich aber sagen, müssen wir erstmal einen neuen Schraubenschlüssel oder so mitbringen. Mitnehmen. Wir hatten ja schließlich jetzt den einen hier versucht. Ich denke... Ja doch mit dem Bolzenentferner dürfte das funktionieren. Ich denke das dürfte klappen. Alles klar. Sehr nice. Runter! Einmal bitte dort hoch. Auf die andere Seite. Und... Den Bolzenentferner. Nice! Nice! Oh! Neue Zwischensequenz! Nichts! 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 Alter, der Charakter sieht nice aus. Also... Finde ich. Ich habe. Es ist so schön. Es ist so schön zu treffen, jemanden normalen für eine Veränderung. Er hat uns Kandy gegeben. Ben auch. Hahaha! Willkommen. Danke. Du kennst dich, Kenny? Ich habe sicher. Der Mann hat meine Liebe mit dem Weg. Das ist bestimmt. Wie gesagt! Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr ein wenig TLC-Ein. Ich bin sicher, dass er alles guttert ist. Und ich kann euch was für euch alles, was ich dafür. Aber es ist nicht viel. Danke. Wir möchten immer das auch. Wir wollen das nicht. Warum nicht auf... Wir müssen uns auf... Wir bleiben mit uns. Wir wollen die Unternehmen. Jo. Ich mein, komm, er kann Gitarre spielen. Den müssen wir einfach mitnehmen. Es geht nicht anders. Honey. Wo bist du? Du lebst hier? Georgia-Jobald. Du hast gesehen, wo ich lebe. Warum bist du allein? Warum nicht? Ich glaube, es geht gut. Okay, dann. Ich bin sorry. Ich liebe dich mit euch, eigentlich. Es ist nett. Du hast uns auf einen schlechten Tag. Du hast noch ein paar Kinder. Und das ist ein guter Geist. Okay. Wow. Really? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Hmm. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. Tastes okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Train's cool, huh? I guess. Scary, kinda. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes then? I haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Clementine. Okay, Annie, ein bisschen netter, bitte. He's getting sicker. Let me look at him. We can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train, and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Alles klar. Jetzt, wo es Kennys Sohn ist, ne, reagiert er ganz anders als bei Lillys Vater. Kann ich erst noch mit Kenny reden? Scheint nicht so. Okay. Let's go. Okay. Okay. Ich meine, das mit Duck ist traurig, aber man kann das halt wirklich nicht ignorieren, ne? Ich muss dich auf dich schützen, ey? Drei Adulter, vor allem Drei Kinder. Kein Wunder, Junge. Wir waren mehr von uns. Dad, get him? No. Ah, Levin got him. Lee. Lee, I need you, right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Thank you. Could you just get that off his face, please? Das ist nicht gut, Leute. Erst noch mal reden mit allen. Okay, momentan ist Ben, wie es so aussieht, ein wenig sehr angefressen. Habe ich das Gefühl. Also, er ist nicht so unbedingt angetan von uns. Ich schätze jetzt einfach mal wirklich, dass es der... Es liegt daran, dass wir hier halt alles ohne ihn getan haben. Ohne ihm wirklich eine Aufgabe zu geben, sag ich mal. Nichts mit dem Zug oder so. Ich weiß nicht. You need to stop the train. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Wake the fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect. Not that fucking sham you're running back there. Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? By talking to your friend. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. You're in denial. And you've given up. On duck, on everyone. Stop it, goddamn it. Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? That's what I figured. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. You're in denial. And you've given up. And you've given up. On duck, on everyone's. Stop it, goddamn it. Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? You smug son of a bitch. Nein. Ich lass mich von ihm schlagen. Nein, ich will ihn nicht umbringen. Nein, ich kann ihn nicht umbringen. Was ist das? Nein. Ich habe deine Nachhine. Aber du gehst jetzt jetzt zu verabschiedet. Und du brauchst deinen Freund. Nein. Du bist nicht ein schlechtes Mann. Das macht das nicht mehr nichts mehr. Mann, das ist nicht schlecht. Mann, das ist. Alles, was wir tun können, ist zu machen, was wir können und weitergehen. Jetzt, lasst uns den trainieren. Ich hatte gerade schon ein bisschen Schiss, dass es da irgendwie alles ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wir können doch nicht Kenny verlieren, ey. Ken, das ist... Ich glaube, das ist Zeit. Der Mann wurde verletzt, wenn du das nicht herauskriegst. Was hast du? Ich... Ich... Katja... Es ist Zeit, dass... Das ist nicht möglich. Was werden wir tun? Wir können nicht erlauben, dass er eine dieser Dinge wird. Aber was, wenn... Was, wenn er nicht... Kenny... Ich liebe dich sehr viel. Ich liebe unseren Sonn mehr als Leben selbst. Ich brauche dich, um mich zu hören. Was du sagen... ... dass er nicht schuldig ist... Aber... Nein. Es gibt... Komm schon, Kat. Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Es gibt keine Articum? Oder etwas, was wir ihm einfach geben können? Stop es. Wir müssen uns schlafen. Ja, Mann? Ich meine... Jesus, das ist unser Sonn. Ich weiß. Aber wir wissen, dass es hier ist oder nichts ist. Oh, fuck. Also... Who, dann? Du willst mich auch? Du musst nicht. Ich mach das. Nein. Du musst nicht. Ich mach das. Nein. Es muss sein, dass ein Kind. Nein, ein Kind. Das ist ein Kind. Kein Kind. Le ist richtig, Kat. Wir können uns sagen, wir guten Morgen und... ... und... ... das ist alles. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Leigh... ... du würdest das Familie ein großartiges Service machen. Warum nicht wir ihn in die Forresten... ... so Clementine nicht zu sehen? Ja. Give us a moment... ... to say goodbye. Of course. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... ... das nächste Mal wieder. Haut rein.